Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play. Ich seh dich. Ich seh dich. Zu Left 4 Dead 2. Du sagst es, Bursch. Du sagst es. Wir sind hier in keinem Porno oder in Minecraft, aber wir sind immer noch in Left 4 Dead. Auch wenn es ein bisschen schwul aussieht. Guck mal, hab ich auch. Wer war vor uns hier? Irgendwas stimmt mit dem Alice nicht, hab ich so das Gefühl. Okay, los geht's. Wir müssen jetzt los. Yippie, jay, jay, Schweinebacke. Komm, wir gehen mal auf die Toilette. Ja, ich geh wieder ins Frauenklo rein. Ja, schönes. Ich nehm die Tabletten. Hab ich mir gedacht, du Süchtiger. Oh, ich hab auch. Ja, die würde ich nicht nehmen. Ja, dann nehm ich sie. Hinter dir, incoming. Geht los. Ich hab bei mir die ganze Zeit nicht auf Verbündete schießen. Nicht auf Verbündete schießen. Hahaha. Hier ist ein Aufzug. Ist es hier? Das Auto, das Auto leuchtet rot. What the fuck? Lade nach! Schnell zum zu. Hahaha. Normal kann's jetzt wieder rauskommen. Durch Schüsse. Ich glaub, wir müssen runter. Dann müssen wir uns wohl selbst retten. Gute Ideen. Stoßen hier jetzt auf. Offene Ohren. Hab ne Idee. Benzin kann's doch aus. Wir suchen Jimmys Rennauto. Wir suchen's auf und hauen sowas von ab. Haha. Durch bis New Orleans. Das ist ja ein super Plan. Aber die fangen die Autos für so ne Show nie auf. Also müssen wir Benzin betroffen. Sobald die Türen aufgehen. Nichts wie raus. Also müssen wir Benzin kannister ins Auto kippen. So. Ich bleib bei dir. Och nö. Ich nehm lieber die Muni. Komm schon Baby. Komm schon. Also ich geh mal auf die Suche nach Benzin kannister. Ja ich bleib bei dir als Deckung. Hier oben sind zwei. Da kommen welche. Das hört sich jetzt nicht unbedingt nach wenig an. Du kannst ja auch runterschmeißen. Dann müssen wir nachher nur noch alle von unten aufsammeln. Oh der Kopf ist weg. Der Kopf ist auch weg. Scheiße. Hilfe. Wo bist du? Oben. Ich bin schon sehr hingetroffen. Ich finde es doch doof, dass man da nix machen kann. Steh schon auf. Wegen dem Weg, den kann ich noch nicht liegen. Oh. Incoming. Oh scheiße. Jetzt halt deine Fömer. Halt deine dummen Kopf. Jetzt kann ich nicht mal weglaufen. Ach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Oh. Hm. Teh, 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 teh... Keine. Ich habe. Lade nach. Also nimmt jemand Medikid from這邊. Nein, gerade nicht, das ist ein fetter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg. Scheiße, 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 scheiße. Lasst mich an in Ruhe. Ich komme doch nur, um zu helfen. Alter. Nick hilft mir auch. Ja, ich tue gerade den Fettsack ablenken hier. Das Ding lebt er immer noch. Ja, das ist ein ganz großer und so, der hat viel Leben. Jetzt ist er tot. Puh. Dankeschön. Wir müssen schneller machen, wenn wir so lange warten, dann kriegen wir jedes Mal ein Incoming. Jetzt kommt schon wieder eins. Ey, jetzt häng ich doch wieder hier dran, ey. Das ist doch scheiße. Ich habe mich gar nicht getroffen, da ist neben mich gerannt. Oh, ich bin runtergefallen. Hol oben noch den Benzinkanister, der da hinten liegt und dann schmeiß ihn runter. Wie schmeißt man? So wie du ihn aufnimmst. Aber guck, dass er auch wirklich unten liegt. Schmeißen wir erstmal alle ganz runter. Ich kann den nicht runterschmeißen. Der bleibt immer... Mit schießen, mit schießen kannst du ihn auch runterschmeißen. Ah, mit schießen fliegt er auch weg jetzt. Alter, jetzt kommt schon wieder so einer. Shit, ich bin gleich tot, Alter. Verdammt nochmal. Okay, jetzt sind beide an mir dran. Okay, dreht mir halt ins Gesicht, du Drecksack. Okay, das ist mein Ende. Und tot. Irgendwo lang ein Defibrillator, ich habe eigentlich... Oh, da oben ist der noch im Benzinkanister. Ich hatte ein Defibrillator dabei. Okay. Dann schauen wir halt mal ein bisschen zu. Oh Gott. Der arme Controller. Ja, was soll ich machen? Also ich hatte ein Defibrillator dabei gehabt. Ich weiß noch, ob der noch da ist. Wo bin ich gestorben? Genau, links von dir an der Treppe. Links an der Treppe. Ja, einmal hoch hier. Gleich vorne dran hier. Liegt da einer. Jawoll. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Haben wir schon alle unten oder was? Ne, oben sind noch ein paar, aber wir waren ja gerade unten, deswegen mach ich das kurz. Oh, jetzt muss ich nachladen. Der da oben liegt richtig scheiße. Wo ist Alice? Kurz mal den Bein weggeschossen hier. Wie viel noch, noch vier? Vier Stück noch. Ganz oben liegt keiner mehr, oder? Doch, da hinten liegt noch einer. Shit, wie komm ich da jetzt hoch? Ich weiß nicht, ich kann gerade nicht, habe Probleme. Ja, hol lieber einen anderen Benzinkanister, den da oben habe ich gleich. Kann ich da runter sprengen? Oh ne, scheiße. Kann sein, bestimmt. Wie kommen wir jetzt da rüber? Vorsicht! Fettsack! Wo? Hier unten, beim Auto. Ich hab keine Granaten, nix. Ich bin gleich am Sack. Ja, der erwischt mich hier. Wo bist du? Jetzt ist der fette tot. Bleib hier, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen! Jetzt kommen wieder welche. Wir sind einfach zu langsam. Von da oben kann ich runter springen, da wo ihr seid. Wo sind die anderen? Noch zwei Stück fehlen, da hinten liegen noch zwei. Okay. Wie kommen wir jetzt da rüber? Ach. Oh, du bist genau. Die Rohrbombe... Ich schmeiß sie runter, geh runter, ich schmeiß sie runter. Jo. Oh. Ich hab einen! Ich bleib einfach hier. Schieß doch! Schieß doch! Einer ist unten. Ja. Habt nur grad hier ne Zombie-Horde hier. Wenn du ihn reinmachst, dann ist es aus. Ich sterb bald. Scheiße! Ich hab's gesehen, sah voll witzig aus, der hat dich voll weggesmashed. Ich komme! Wow! Weißt du, warum nicht gleich so? Weißt du? Als ob die jetzt unbedingt 13 Kanister haben... Die Überlebenden konnten fliehen. Überlebende. 35 Minuten, wir haben noch länger gespielt, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Hast du es weitergedrückt oder lässt du es gerade laufen? Ich lasse es gerade laufen und du? Ja, ich lasse es auch laufen. Ich könnte nebenher singen, aber... Alter, der Nick hat 323. Ja, ich würde sagen, wir machen eine Pause und sehen uns in der nächsten Runde wieder. So sieht es aus. Macht es gut. Ciao.